So, da bin ich nochmal mit Teil 2, mit der Ü-Post von Ines, von der lieben Ines. Ich bin hier total begeistert. Sie hat mal so ein schönes Album gemacht. Ich zeige es zum Schluss noch eine Tour, noch einmal. Jetzt gucken wir mal erst noch, hey, weil da... Ich habe jetzt, wie gesagt, ein zweiter Teil gemacht, weil ich will in Ruhe jetzt gucken und jetzt nicht noch die letzten paar Minuten durchrasen. Das mache ich nicht. Genau, so, und das sind jetzt die da drin, die Punkte da, die, wie nennt man sie dann? Also Puffy-Sticker, aber in Halt und Rund. Finde ich so schön. Warte mal. So. Genau. Die sind süß. So, und da geht es weiter. Warte mal, das erste Mal machen wir noch dort. Oh Gott, da scheint ja auch noch was drin zu sein. Da, da ist ja süß gemacht. Moment. Jetzt ist da, wird nochmal kaputt, Robbe. Oh, du meinst, überall die schönen Dinger sind ja da drin, die Tags. So, Moment. Ach, Sternenglanz. Was schön. So, Moment. Matt und Glitzern trotzdem. Und da, Lieblingsmensch. Oh, wie süß. Dann hier die 3D-Sticker. So putzig. Dankeschön. Dankeschön. So toll. Oh, guck mal, der Stempel da. Der ist ja mal krass. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Guck mal da, hä? Wie schön gemacht. Und die kleine, süße Klemmerstelle, die sind ja auch cool. Guck mal. Das finde ich ja auch toll, ne? Mit dem, äh, mit dem Tag an, ne? Guck mal da. So süß. Was, viel Mühe du dir da gemacht hast. Guck mal da. Wow. So schön. Ich bin total begeistert. Da sind noch Umschläge. Ah, nochmal lauter andere Umschläge. Kleine. Hast du die alles selber gemacht, ne? Toll. Ich liebe so kleine Umschläge, ne? Was? Die kann man überall mal draufkleben, ne? Und kann dann mal drin machen. So schön. Wow. Dankeschön. Boah. Warte. Ich bin so aufgeregt. So echt, ey. Gibt's ja gar nicht. Da sind dann noch ganz kleine drin. Cool. Sind die nicht süß? Guck mal, ein ganz mini kleiner. Guck, wie klein der ist. So schön. Danke. Da hast du echt richtig, richtig viel Zeit müssen holen. Hey, ne? So toll. Da ist noch einer. So toll. Ups. Und noch kleine Umschläge. Oh, toll. Ja. Die sind ja mal richtig schön. Guckt mal. So cool. Dankeschön. Die kann ich echt gut gebrauchen. Wie gesagt. So kleine Umschläge, ne? Da hat man ja echt nie genug, ne? Die kann man ja überall verwenden, ne? Sag ich jetzt mal. Bei großen hat man halt eben mal das Problem, ne? Aber bei den kleinen Scheiß, sag ich ja da, ne? Süß. Dankeschön. Folge deinen Träumen, ja. Meinen Albträumen. Ich mach das da mal dahin. Ich zeig euch jetzt mal nochmal der tolle Buch durch. Guckt mal. Ist das nicht toll? Wow, oder? Da. Guckt mal. So schön. So toll. Finde ich so richtig toll gemacht. Da ist der Verschluss. Das ist ja so schön gelöst. Das muss ich mal abgucken. Das ist ja richtig schön. Ich hoffe, ihr seht das alles, was ich hier so recht wurschtle. Wow. Dankeschön. Also ich bin ja total begeistert. So schön hast du das da doch gemacht. Cool. Gefällt mir richtig gut. So. Also ich freue mich total. Das ist so toll. Die ganzen Tags und die ganzen Goodies, die es mal darin gemacht hat. Danke, Ines. Ich freue mich, obwohl dir schlecht geht, dass du mir im Moment, also im Moment, dass der Moment schlecht geht, dass du mir so was Tolles hier gezaubert hast, um mir Freude zu machen. Der Stempel da ist super. Der gefällt mir so richtig gut. So, das wär's. Ich wünsche euch jetzt noch ein schöner Tag. Und danke, Ines. Ich freue mich total. Ich gucke mir das jetzt gleich mal noch alles ganz in Ruhe an. Und bin total begeistert. Es ist echt super schön. Ganz toll gemacht. Es ist echt. Ich sage ein Dankeschön und wünsche euch noch ein ganz toller Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.